Wann wir schreiten, Zeit an Zeit und die Alten wieder siegen. Dafür übernehme ich persönlich die Verantwortung und deshalb werde ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Landesvorsitzende der SPD und als stellvertretende Bundesvorsitzende zurücktreten. Dazu beitragen wird, dass wir nachdenken müssen, was wir hier in Berlin ändern müssen. Wir werden nachdenken müssen, was haben wir bisher erreicht. Wir müssen darüber nachdenken, was müssen wir zulegen. Ja, aber so ist es. Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam. Es geht darum, dass Europa vor den Populisten bewahrt werden muss. Und die Wälder wieder klingen, fühlen wir, es muss gelingen, mit uns zieht die neue Zeit, mit uns zieht die neue Zeit.